so herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge meinte ist ja so ok da fehlt noch so ok ok was ok so wir haben was haben wir jetzt genau wir müssten jetzt backpack erst mal ganzen klettert hier raus das ist jetzt mal alles hier irrelevant wir brauchen das brauchen wir ok die sache ist er muss das da rein wir müssen jetzt mal platz schaffen für ein feld wo wir die ganze sache unterbringen können tatsächlich erst mal überlegen ob ich die dinge einfach alle leer mache oder da hinten platz schaffe weiter gut funktionieren lasst mich raus so platz wäre hier auf jeden fall schon mal mehr ich glaube mit dem normalen weizen gewinnen sowieso erst mal aufhören und dann lieber von den anderen drei weizen typen hier was anbauen das macht wahrscheinlich mehr sinn weil von weizen haben wir halt schon viel mehr als von den anderen drei arten daher so was ist da wir können gleich mal ein bisschen bauen gucken ob wir erstmal haben wollen wir nicht machen die wachen die wir zu bräuchten sollten wir eigentlich nicht alle hast ich kann ja auch mein messer nehmen mein schwert geht wahrscheinlich ne geht nicht schneller da war ja was da war ja was so dann haben wir hier schon mal alles leer ok da können wir jetzt anfangen die sachen aufzubauen so das heißt zu allererst mit hanf vanille das zeug das hier das hier minzblatt brauchen wir nicht dann wäre jetzt die saad das heißt das brauchen wir nicht das brauchen wir nicht brauchen wir nicht brauchen wir nicht brauchen wir erstmal nicht ja gut gras kann sowieso weg rohrkollm können wir probieren äh kartoffeln brauchen wir auf jeden fall nicht das hier würde mich interessieren aber die können wir nur braten soweit ich weiß die können wir die müssen wahrscheinlich außen pflanzen das hier wird noch interessant wie wir das machen genau 50 30 stück so zuallererst mal gucken ob die funktionieren die kann man ja genau das ist wirklich einfach nur dekoration da wächst gar nichts okay gut jetzt hast du schon mal geklärt wie gesagt von dem zeit bist du ganz viel in unserer grafkiste haben so jetzt geht's ab zu allererst ganz schön verschwindet was ich gerade mache gut ich meine unsere fälle sind so groß genug ok ok das war ja relativ simpel ok das dazu jetzt will ich gerne mal noch mal bei uns gucken was wir noch mal alles so für zeug haben vielleicht haben wir doch schon nehmen wir melone hätten das wüsste ich so ist die grafkiste genau ja aber ganz viel davon da haben wir die 30 stück da bringt hier alles nix was hier drin ist jetzt haben wir auch diese flower dinger also nicht die also die falschen sonnenblumen halt nicht die wir brauchen zum einpflanzen äh genau 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 ähm dings der wunster hier äh melonen aber wie vermutet haben wir davon gar nix überhaupt nix ach guck mal wir haben sogar sogar hier los keiner bleibt ne ne a ya das kommen hier also ja wir brauchen jetzt noch neue fächer dafür zum beispiel und andere sachen haben wir auch neue fächer neue fächer damit wir ein paar neue sachen dazu kommen so den tieren geht es halt mal noch gut so ist es die die wir gerade sehen das schon mal sehr schön war das gerade wie viele sehen wir denn doch auch wieder gar keine mehr da sind alle ok 1 2 3 4 5 6 7 8 19 11 12 13 14 15 16 passt alle tiere noch da und alle grün sehr gut so dünner dünner der da sind da sowieso nicht hier aber genau guck mal ganz über honig dreimal zweimal aber kurz honig hat man doch am sporn oder ja mal gucken wir hatten doch hier oder war es auf dem vandela server kann sein dass auf dem vandela er doch auf dem vandela server da hatten wir am sporn so honig dinge aufgestellt aber ja das war am sporn und nicht hier was natürlich sehr schade ist ok bin ich da kann man daraus mal nicht machen gibt es denn sowas wie bienenstock überhaupt ja gibt es da kann man ach man braucht echt bienen dafür ach du scheiße ja für die dinge brauchen wir irgendwie ich weiß gar nicht wie das ding heißt catcher oder so was ist das denn master catchball catchball von welcher mod kommt das what the fuck catchball master catchball Junge sind wir bei pokemon oder was like what the fuck ist das denn ok die würde ich mal kurz probieren mal gucken was es ist master catchball jetzt die frage gibt es noch für tiere ach wisst du was kommen leck mich gib mir mobs machen wir mal eine kuh so die trappe ich jetzt hier machen wir mal master catchball machen die mir echt einen auf pokemon pokemon flieg und sieg erst mal die weiße animis miteinander vermischen wie krass ist das denn bitte vor allem wie unnötig ist das bitte kann man die jetzt auch nur leveln oder so nee ne catchball 2 kuh digitiert zu wandkuh vor allem was passiert jetzt das ding verfolgt dich ja scheinbar was passiert wenn ich erstmal was zu essen habe brauchst du essen schnell draußen essen schnell essen ach so siehst du jetzt jetzt ist der zweck weg der wo taxi war der mache ich mal direkt hier so damit dass ich da wenigstens wachsen kann während ich hier rumspiele ach ist das so schön applebäume über dich zu haben so reicht äh was wird passiert wenn ich jetzt wohl der folge wenn ich jetzt so werfe ok die frage ist nämlich kann ich von dem ball weg rennen da muss der ball nämlich mich fangen und ich das pokémon aber ich verstehe dann wie ich meine h verdammt ich müsste irgendwie eine barriere aufstellen fragezeichen ok wird mir gerade ein bisschen zu komplex aber ich habe eine idee wenn ich das so mache verdammt ich dachte der bleibt dann hier oben hängen hm ok der kann durchsachen durchgehen schade gut der klappt sowieso nicht ähm wo ist eigentlich meine kuh hin ja der kann einfach durchsachen durchgehen da kann einfach durchsachen durchgehen ok schade eigentlich ups na selbst durch den baum kann er einfach durch ok schade dachte man kann den ball ärgern ja gut ich meine man kann jetzt natürlich ganz heftig sein ganz heftig wenn ich jetzt äh warte mal kurz warum ist kipzig aktiv so das war f10 ne genau wow jetzt hier kriegt er mich what the fuck frage nummer 1 was zur hölle ist das frage nummer 2 was zur hölle tue ich hier gerade aber ich glaube nicht dass man den ball anfliegen sieht ne was 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 mache ich hier gerade ich habe keine ahnung das war gerade so ah jetzt kommt er nicht ok ja ich habe den pokéball besiegt dann habe ich wahrscheinlich für ihn einfach nur zu lange gebraucht um dieses slash spawn zu machen äh dass er da eigentlich schon bei mir war bevor ich mich teleportiert habe also yeah ich habe den ball ausgetrickst haha ihr bitches schaut mich an ich bin der pokémon ballmeister da ist das item jetzt einfach weg oder ja scheint so ok sehr interessant und irgendjemand spawns später kriegt das ding voll in die fresse ne schön ok sehr interessante spielerei sehr interessante spielerei sehr interessante spielerei unsere coolen müsste da wollen wahrscheinlich noch rumlogen kann das sein die frage ist ja auch ist sie noch hier müsst ihr eigentlich genau ob die gehört jetzt uns oder ja und bei ronix lol krass korrekt torri du musst leider sterben für die wissenschaft und so sei eine brave kur und bück dich ja von hinten wow wie ich gerade flachgelegt habe ok ok etwas erklärt ähm ja das war ja mal interessant also wow was warum warum sind die mods drauf von denen ich nicht mal was weiß dass wir drauf sind das macht gerade ein bisschen angst ich meine dass hier solche verrückten Sachen mit bei sind das weiß ich ja schon ne aber manche sachen machen mir einfach angst vor allem jetzt nach dem update was ist das hier trend copy paste ah ja äh gerade nachdem dass meine server in der ganzen jahr dauernd waren und ich in der zeit auch kaum gespielt habe ok ähm und dann halt mit einmal alle meine meine mods geupdate habe da kam halt so viel neuer scheiß dazu so viel sachen die sich geändert haben ich meine ich kann vergessen dass ich irgendwann mal durchblicke bei 128 seiten kannst du halt einfach vergessen das ist ne das ne wobei ich schon gesehen habe damit hier oben so eine kategorie liste äh finde ich mal ganz witzig aber wie sagt das ist halt hei 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 oh süß ja keiner also das ist wow das ist echt wow das ist wow und wie krieg ich jetzt die filterung hier raus was oder eigenständige bocke ja ich habe keinen plan was hier abgeht was soll home decor skateboard kann man fahren kann man nicht es ist einfach nur da es ist einfach nur anwesend lavalampe auch sehr geil frage ich natürlich ob sie funktioniert oder ob sie einfach nur anwesend ist aber erstmal ganz kurz hier erstmal ganz kurz hier werde ich mal kurz dass da rein dass da rein dass da rein dass da rein so das ist nicht schlecht was ja immer noch geil wäre ist wenn es hierbei bei meintest auch farbiges licht geben würde ja was gibt es ja hier so ne so farbiges glas und sowas alles aber das lichtwasser durchleuchtet leuchtet einfach normal durch und ja es gibt ja aber auch zum beispiel farbige lichtquellen da das hier zum beispiel und wäre cool wenn das wirklich auch gelb leuchten würde oder ähnliches aber nee das leuchtet leider einfach alles nur gar nicht abgebaut sehr geil immer diese sachen wo die werkzeuge brauchst ja auf jeden fall so farbiges lichter solche sachen das fehlt noch ein bisschen da könnte mal schöne sachen mitmachen also allgemein ist halt so viel zeug ok ich sehe gerade das meiste davon ist sonst dafür kommen wir vielleicht doch schneller durch wir wären jetzt nicht mehr als die hälfte durch kommen wir vielleicht doch schneller durch als ich dachte wireless jammer oder jammer ich hoffe immer man das aussprechen möchte oh was ist das denn hier lua block oh das ist aber neu oder hat zumindest eine neue textur eben lua block gab es früher schon aber das ding sah auch eher so aus wie so ein block hier nur mit dem anderen symbol drauf player killer müsste ich am spawn aufbauen einfach direkt ihren umbringen der rauf kommt also wenn wer fragt ich suche gerade diese beiden pokebälle weil wenn ich weiß was das denn hier ach ja das war ja das mit dem ja mit der kernspalt dass man das weg hier aufsammeln kann nee das weg hier nee was eins von den beiden kann man aufsammeln damit keine ahnung oh das ding ist neu LV LED das ding ist neu okay geil weißt du normalerweise in so einer LED hast du ein Drahtstück also du hast ja in so einer LED eingegossen so ein kleines Drahtstück was den einen Kontakt mit dem anderen Kontakt verbindet also den einen Kontakt nicht mit dem anderen Kontakt direkt verbindet sondern auf dem einen Kontakt liegt ja eigentlich der LED Chip drauf und der andere Kontakt ist aber kein Kontakt weil dann würdest du ja nichts mehr sehen sondern die beiden Kontakte sind nebeneinander das heißt der LED Chip leuchtet nach oben sodass nach oben das Licht abgestrahlt wird und damit aber der zweite Kontakt vorhanden ist hast du dann von dem einen zum anderen so einen kleinen Draht und dieser Draht blockt halt kaum Licht weil er halt klein ist und da brauchst du halt ein ganz kleines Stück Draht und für zwei LEDs brauchst du aber eine ganze Spule von Silberdraht einfach so eine 500 Meter Spule ja moin ein paar schnittige Sachen was ist das denn hier oh ok gut wo ist das hier so Pokébälle Pokébälle habe ich die bereits überspult oder was kann doch nicht sein oh süße Pflanzen cool oh ist ja süß ja hab ich wahrscheinlich überspult verdammt das liegt überhaupt nicht dort dieses Geräusch ne sag mal ah ok würde ich nicht egal ja gut ok was soll ich das machen keine Ahnung so ist hier mittlerweile was gewachsen äh eher nicht so das soll doch eine ganze Welle dauern wird diese Folge wahrscheinlich nicht mehr fertig oh ja ne sind bloß auch für 5 Minuten ja wie gesagt die Frage ist natürlich dann ob wir denn an der Stelle denn später ähm die drei Sachen die da sonst noch also ich meine wir haben jetzt genug Wolle äh also hier äh doch genau Wolle ähm also Baumwolle äh und genug Weizen was wir halt noch nicht so sehr haben ok ganz kurz von was wirklich actually wieviel haben achso halt bevor ich weiter mache erstmal hier 500 ok hier vorne ist auch noch nicht so viel da ja von dem heil ist halt massig da ne und hier ist aber auch nicht so viel da das heißt Baumwolle na gut für Baumwolle brauchen wir dafür kaum was also ich meine einzige wofür Baumwolle wirklich wichtig ist ich glaub wohl ja ne der kann man ja Seile machen und so ne mit dieser ganzen Ropes ich weiß gar nicht wo die sind die wir letztes die wir früher mal genutzt haben warte jetzt wann ist die hier glaube ja und da brauchen aber Faden ach genau das heißt genau das heißt hier raus hier könnte man auch noch Baumwolle brauchen andererseits haben wir mittlerweile relativ viel davon also ich weiß gar nicht da sind wir mittlerweile gerade so ein Arsch voll von oder auch gar nichts ist das hier in meiner Special Tasche mit bei oder was ja irgendwie konnte man sich auch so schon abhängen ich laufe schneller ich laufe schneller genau 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 ja da geht geht es immer nur bis zur bestimmten Entfernung da da unten sieht man noch so ein ganz bisschen ach scheiße da unten hallo da unten da sieht man immer noch so ein bisschen das wird nicht unendlich weit abgenommen oder man kann es auch vielleicht besser sehen wenn ich das ganze hier so hänge da es reicht nicht ganz bis zum boden sondern nur immer so ein paar jubeldinger jubel da sieht man da oh das reicht bis zum boden ähm ok warum hat der jetzt nicht ganz abgenommen hm wait a second das schöne ist doch dass sich die nach unten vervollständigt kann man das doch schön nehmen äh wenn wir bereits am fallen ist die frage ist wieso kriege ich keinen schaden ach doch jetzt habe ich diese regenbogenrüstung kann echt eine ganze menge an schaden absorbieren das ist ja schon heftig so haben wir nicht was zu essen dabei so äh da kannst du dann da zurückgehen sehr gut hier ist doch schon wieder alle äpfel nachgewachsen das hat schon echt krank ja wie geht es in unserem feld warte warte oh die ersten Sachen sind fertig sehr schnick wird noch fertig das hier sieht relativ fertig aus was macht man nur einen Samen davon schon ah dachte schon sehr geil ah und der Sam oh die sind noch nicht fertig verstehe verstehe äh ja läuft doch steht die jetzt fertig oder nicht ja steht so äh läuft doch ja gut okay dann würde ich mal sagen mach ich für heute feierabend klingt gut äh minzblatt mhm und dann sehen wir uns später was willst du denn minzblatt achso achja weil es hier schon voll ist ne naja weißt du was let's go ähm ja dann mach ich für heute feierabend und dann sehen wir uns dann mal gucken wenn ich andere nachfolgen mache so ja bis dann 1 noch 10 9 10 Deutsch